Was? Ich hab mein Handy da. Mensch oder Lemming, du musst dich entscheiden. Dein Vordermann wird dir leicht, nicht mehr lang sein. Hier gibt's neue Wege, jeder stürzt den Kopf. Dieser Markt ist auch du, die Bedenkzeit ist dumm. Mensch und Lemming haben viel gemeint. Ein Depp läuft vor, die andere nicht zu fangen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist Spaß, ne? Einfach immer weiter vor ausgedrehten Faden. Vor dir einer, nach dir auf. Vergesst dir unsere Gaben. Die Welt ist so. Die Sterne vom Himmel könnten wir uns holen. Was ist das? Abseits. Dauert schlimm. Terror, Hass, Hand und Umwelt. Fahrt schon in unserem Sinne. Und überhaupt. Was sollst du nicht sagen? Hier geht's doch ganz gut. Die anderen sind auch still. Das zügelt die Wüte. Die Schöpfungswesen mit göttlicher Macht. Hör gut zu. Dabei hab ich an dich gedacht. Deinen Weg, du stimmst zum Zeitpunkt. Ja. Und die Profitierenden schauen hemmig zu. Sie hindern schon lange uns alle daran. Die Weg zu sehen, wie der Mensch geht. Gehen kann, wo sie uns hinfüllen. Und jeder von uns kann auf andere Wege gehen. Mensch oder Ländler.